Hallo, ich bin Mindy aus Holland und zusammen mit meinem Mann haben wir einen Installationbetrieb. Immer wenn wir das machen, macht er die Bekabelung und ich programmiere dann die Installation. Jetzt sind wir in einem Rheinhaus, das ist nicht so eine große Wohnung, hier sind nur zwei Etagen, aber ich habe das auch einmal gemacht in einer Sporthalle, so du kannst die Gira One auch in größere Projekte installieren. Es gibt hier viele Beleuchtungen und mit der Gira One kannst du mit einem Schalter alles bedienen. Mit der Gira One steuern wir Beleuchtungen, Jalousien, Temperaturregeln, Zeit, Schalteruhren und Zehn. Für Gira One brauchst du nur die Gira Projektassistent und keine andere KNX-Software für die Inbetriebnahme. Für die Gira One habe ich kein Training benutzt, weil wenn du das nicht verstehst, kannst du die Videos in die Projektassistent folgen und die sagen, was du machen musst. Mein Mann hat alles installiert für die Gira One und danach habe ich in einer Stunde das geprogrammiert. In der G1 habe ich alles vorbereitet für die Kunden und die können selber alles einfach anpassen. Das Gira One System ist basiert auf KNX-Secure-Protokoll und dadurch ist das für die Manipulation geschützt. Wenn später neue Funktionen kommen, kannst du das einfach updaten. Du kannst alles damit nutzen. Alle beleuchtungen, Jalousien, Temperatur, alle normale Dinge, die du in eine Wohnung wirst, das kann auf die Gira One. Die Anwurs. Du kannst alles denisen.